Ich heiße Daniel Deuter und spiele Geige, Baruchgeige. Mein Name ist Heike Johanna Lindner, ich bin Gambistin und Cellistin im Ensemble Chordate. Mein Name ist Markus Merkel, ich bin Cembalist, Organist, Pianist und spezialisiert auf historische Tasteninstrumente. Und wir widmen uns vor allen Dingen der Musik des 17. Jahrhunderts. Im Kern ist es ein Trio, besteht aus Violine, Viola da Gamba und Cembalo Orgel. Und wir spielen seit 15 Jahren jetzt schon zusammen und sind gerade hier in Michaelshofen, um eine CD aufzunehmen. Ja, wir sind hier gerade in der Diakonie in Michaelshofen und nehmen unsere inzwischen achte Chordate-CD auf. Wir haben diesmal eine Gastsängerin eingeladen, Hanna Blasikova aus Tschechien, eine wunderbare Sopranistin, die für das Repertoire, was wir hier einspielen, wirklich ganz hervorragend geeignet ist. Mein Name ist Hanna Blasikova, ich komme aus Prag und ich bin ein Sänger. I sang with them even before and I know Daniel for a long time. He's a good friend of mine. Also der Gesang von Hanna Blasikova, das ist wunderbar und es berührt mich ganz tief. Geht zu seinen Turm, ein mit Danken. Aber es ist schwierig zu sagen, was ich die meisten mag. Ich mag zu bleiben mit den Leuten aus Chordate, und ich denke, wir haben eine wirklich gute Beziehung zusammen. Und ich denke, wir haben eine wirklich gute Beziehung zusammen. Ich denke, wir haben eine wirklich gute Beziehung zusammen. Ich denke, wir haben eine wirklich gute Beziehung zusammen.